Willkommen in diesem wunderschönen Mercedes CLS aus Erstbesitz mit folgender Ausstattung. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Zentralverriegel mit Fernbedienung, ein CD-Radio, elektrisch verstellbare und anklappbare Außenspiegel, elektrische Sitzverstellung, eine automatische Klimaanlage, der Tempomat, schicke 18 Zoll Leichtmetallfelgen, und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Xenon-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage, die Parktronik vorn und hinten. Weiche Lederpulster in schwarz sorgen auf den komfortablen Sitzen für Bequemlichkeit. Für Ihre Sicherheit sorgen ABS, ESP, 8 Airbag Xenon-Scheinwerfer mit Regensensor und Scheinwerferreinigungsanlage, ein Reserverad-Notrad, der Parkpilot vorn und hinten und die Nebellampen vorne. Der Wagen ist innen und außen in Top-Zustand. Das Inspektionsheft liegt vorn und wurde regelmäßig geführt, zuletzt bei 12.800 km bei Mercedes. Bei uns können Sie auf die Inspektoren warten und dabei Autosilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Der Wagen ist innen und außen in tadellosem Zustand. Der Lacktest ergab keinerlei Unregelmäßigkeit. Alle Teile sind original lackiert. Der Innenraum ist sauber und gepflegt. Dieses Fahrzeug bieten wir mit neuem TÜV an. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017